Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen alten Serie hier auf meinem Kanal und zwar geht es weiter mit Linux. Linux in dem Sinne, nicht wieder ich zeige euch irgendwelche coolen Tricks in der Kommandozeile, sondern wir machen jetzt mal ein bisschen Bash Programmierung. Bash ist quasi die Programmiersprache, eine sehr sehr kleine Skriptsprache für Linux. Man kreiert sozusagen seine eigenen Skripts und kann alles machen, was man in der Kommandozeile oder im Terminal auch machen kann. Das ist das Tolle dran. Was wir im Prinzip also Neues machen ist, wir lagern unsere Skripte aus und können somit mehrzeilige Skripts ohne Probleme durchführen. Also es geht natürlich auch in der Kommandozeile oder im Terminal selbst, aber es ist einfach angenehmer, wenn man es tatsächlich hier als File hat und dann auch weitergeben kann an andere Nutzer und so weiter und so fort. Gut, soviel zur Einleitung. Jetzt wollen wir als erstes mal klarstellen, dass ihr auch alle hier richtig seid. Ihr müsst ein Linux-Betriebssystem haben, welches ist relativ bumms, aber ihr müsst auf jeden Fall ein Linux haben. Mit Windows wird das nicht funktionieren. Ganz, ganz wichtig. Und es kann auch eigentlich nicht funktionieren, es sei denn, sie bringen jetzt tatsächlich endlich mal die Linux-Konsole unter Windows, was mich irgendwie stark verwundern würde. Egal. Auf jeden Fall, was wir machen wollen ist folgendes, wir kreieren ein neues Dokument und dazu machen wir hier einen Rechtsklick, neues Dokument anlegen, leeres Dokument. So, und was wir hier reinmachen ist, ist dann am Ende der Code. Wie wir das Ding nennen, ist im Prinzip relativ egal. Keine Ahnung, wir nennen das Ding jetzt einfach mal Klick mich. Ich bin eine Fee. So, okay. Und jetzt einfach mal das Teilchen hier mit eurem Lieblingseditor öffnen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich gerade nicht alles sehen. Ich resize das ganze Ding hier mal. So, okay. Was wir jetzt hier haben, ist einfach ein leeres Textdokument ohne jegliche Endung. Das ist auch völlig egal, was für eine Endung ihr da benutzt. Linux ist es absolut wurscht, was ihr da für Endung benutzt, egal bei welchen Files. In dem Fall ist es einfach nur wichtig, dass ihr wisst, was es für eine Datei ist und ihr nachher wisst, wie ihr sie ausführen könnt. Okay, was jetzt hier reinkommt. Die erste Zeile ist sehr, sehr wichtig und die muss auch immer so sein. Ein Hashtag, ein Ausrufezeichen, ein Slash, dann Bin und dann Bash. So, das bedeutet in etwa so viel, wie ihr wollt, dass das hier als Bash-Anwendung ausgeführt wird. Und jetzt könnt ihr hier unten einfach jegliches Kommandozeilenprogramm aufrufen oder Terminalprogramm aufrufen oder irgendein Terminalbefehl aufrufen, den ihr gerade so im Kopf habt. Also zum Beispiel sowas wie Echo. Echo bedeutet einfach nur ausgeben und ihr braucht hier tatsächlich keine irgendwelche Anführungsstriche oder sowas. Ihr braucht auch kein Semikolon, sondern ihr könnt hier einfach sagen, Echo, ich kann fliegen. Okay, und das sieht jetzt erstmal sehr, sehr komisch aus im ersten Moment. Und ihr seht, wenn ich speichere, dann sehen wir hier schon, aha, es wird automatisch richtig interpretiert und dieses Echo wird farbig anmarkiert. Das liegt an meinem Editor. Ich benutze hier G-Edit, aber ihr könnt auch Wim benutzen. Ihr könnt es auch von mir aus im Terminal programmieren oder wie auch immer ihr das wollt. Genau, so, wie führe ich das Ding jetzt aus? Im Prinzip habe ich hier automatisch dadurch, dass ich dieses Hashtag, Ausrufezeichen, BinBash geschrieben habe, automatisch hier schon das richtige Icon, wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache und dann passiert aber leider nichts, außer dass ich wieder hier reinkomme. Was ich also machen möchte ist, ich mache einen Rechtsklick drauf und dann öffnen mit, da würde theoretisch das Terminal stehen oder ich mache es so, wie man es eigentlich machen sollte, nehme ich ein Terminal auf und dann haben wir die Möglichkeit, hier klicken, mich aufzurufen und zwar mit Punkt Slash, so wie ihr eine ausführbare Datei aufrufen würdet. Und dann seht ihr, wenn ich hier zweimal Tab drücke, dann funktioniert es immer noch nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr schon ein bisschen was von meiner Linux Playlist gesehen habt. Wir müssen das Ding nämlich noch ausführbar machen, wir müssen dem Ding Ausführrechte geben und das machen wir wieder mal mit sudo chmod. Ich mache jetzt einfach mal 744 und was wollen wir verändern? Nämlich klickt mich, ich bin eine Fee. Das bedeutet, 744 bedeutet, unser Administrator bekommt Ausführrechte, bekommt Lese, bekommt Schreibrechte und alles, ach, im Prinzip könnten wir hier auch mal 777 benutzen, mal ausnahmsweise, 777 bedeutet, wir kriegen Ausführ, Schreib und Leserechte für diese Datei auf jedem Benutzeraccount, da es hier in diesem Fall nur mich gibt, ist alles in Ordnung. Ihr solltet aber mit 777 vorsichtig sein, am besten gar nicht hier irgendwie was mit 777 machen, aber wir machen das jetzt mal zu Demonstrationszwecken. So und jetzt kann ich das Ganze, das kann ich auch jetzt ausführen, nämlich ich bin, klickt mich, ich bin eine Fee mit Punkt und Slash da vorne dran und seht her, ich kann fliegen. Ja, super, so funktioniert es also, also immer dran denken, wenn ihr irgendwie das Ding nicht ausführen könnt, dann müsst ihr es erstmal ausführbar machen, indem ihr hier chmod benutzt und dann plus x oder 7 und was auch immer dann. Also chmod plus x wäre eine Möglichkeit, das gibt einfach Ausführrechte oder 7 für den Administrator erstmal, 7 für den aktuellen Benutzer und dann, keine Ahnung, für was die dritte 7 steht gerade, nicht aus dem Steggreif. Okay, ja, so funktioniert im Prinzip Bash Scripting und ihr könnt jetzt hier drin alles aufrufen, was ihr so an Terminalbefehlen kennt, aber wir werden auch noch mehr kennenlernen, nämlich Schleifen gibt es in Bash auch und das ist ziemlich praktisch. Gut, das war es von meiner Seite erstmal, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!